Yano Dhyanasana ist das fliegende Flugzeug oder auch fliegender Vogel genannt. Es ist ein Asana, das in dem Buch First Steps to Higher Yoga beschrieben wird. Yana heißt Reise, Udhyana heißt hier fliegend nach oben. Und so ist es die Asana des nach oben fliegenden Flugzeuges oder auch die Asana der Reise nach oben. Übersetzt als fliegender Vogel, fliegendes Flugzeug. Es ist ein Asana für Gleichgewicht. Auf einem Knie zu stehen und dabei nur auf die Zehenspitzen und dann die Arme zur Seite und das andere Bein nach hinten. Das ist wie ein Flugzeug im Sturm und in den Wolken. Erfordert viel Gleichgewicht, weniger die Flexibilität, aber erfordert auch Klarheit, Beständigkeit und eine gewisse Übung. Yano Dhyanasana kultiviert auch die Stärke der hinteren Delta-Muskeln, der Muskeln zwischen den Schulterblättern, Gesäßmuskeln und dem Muskel des unteren Rückens. Ja, soweit für heute. Fabian, Sukadeva und Durga das hinter der Kamera wünschen dir viel Freude bei der Reise mit dem Flugzeug Yano Dhyanasana. Du könntest diese einbauen, zum Beispiel im Rahmen der Gleichgewichtsübungen nach dem Drehsitz oder auch zum Abschluss der Rückbeugen. Diese Übung stärkt auch die Rückenmuskeln. Yano Dhyanasana kann sogar geübt werden als Teil des Rücken-Yogas, wo du Rückenmuskelstärkung mit Gleichgewichtsübung verbindest.